Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist wieder Zeit für eine neue Foto-Challenge. Das heißt für mich, innerhalb von 10 Minuten drei richtig gute Fotos und das nur mit einem Objektiv auf meiner Kamera zu machen. Ja, heute habe ich mich für das 1442 entschieden, mal wieder. Und ja, mit dieser wunderbaren Landschaft lässt sich da bestimmt was Gutes draus machen. Jetzt stelle ich mir einen Timer und du kriegst einen wundervollen Zeitraffer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, die Zeit ist jetzt um und das ist meine Top 3. Ja, schreib mir doch jetzt mal in die Kommentare, welches dieser drei Fotos dir am besten gefällt. Und ja, dann würde ich auch sagen, war es das schon wieder mit dieser Foto-Challenge. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere gerne diesen Kanal für weitere Videos. Und dann würde ich sagen, mach's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.